Ja, und damit hallo und herzlich zu meinem neuen Projekt. Double Fine! Exakt. Wir spielen Brutal Legend. Hey, what's up? How goes it? Good to see you. The kids who work here don't know where it came from, of course, but neither do the old-timers. None of them bought it, so there's no tracking number. As far as they know, it's just always been here. Okay. This is where they usually keep it. Uh-oh. No, no! Did somebody buy it? Oh, man! I would have bought it myself, but I just felt like it was too big, too valuable, like the kind of thing no one man should possess. Yes! Here it is. Okay. You sure you're ready for this? Because what I hold in my hand is not just gonna blow your mind. It's gonna blow your soul. Go ahead. Open it. If you dare. Yeah. Genau. Es geht um Brutal Legend. Oder Brutal Legend, wie hier steht. Ein wunderbares Spiel mit Jack Black. Oder um und bei. Ich hab's schon einmal durch, aber ich werd das Spiel nicht fortsetzen, sondern ein neues Spiel starten. Und ja. Im Prinzip lässt sich dazu nur eins sagen. Es ist schade, dass ich den Ton ausstellen muss. Also die Musik. Ähm. Ich weiß nicht, wie das mit dem Schwierigkeitsgrad ist. Ich hab's letztes Mal auch leicht gespielt. Weil die ganze Musik urheberrechtlich geschützt ist. Ha, 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 watch it! Dude, check it! Oh, hey, Riggs, äh... Sorry, ich hab' deine Gitarre letzte Nacht. Ha, 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 ha! What the... It's like new! Well, how'd you do that? Yeah, I'll try not to smash it so much this time. Don't mess with that guy. He scares me. Hey, Eddie, man. I hate to ask, but our manager wanted to know. When are you gonna build us, like, a new set? This Stonehenge stuff was funny in a kind of ironic retro sort of way, but... Look, Eddie, don't get me wrong. You're the best, okay? The greatest roadie in the biz. Everybody knows you can fix anything, build anything. Well, so maybe you could build us something that would speak more to our tween demographic. That's all I'm saying. Sooner or later, you're gonna have to join the modern world, you know? All right! Do people wanna hear some heavy metal? I can fix anything, except for that. Metal is dead. You are so fine, old man. Thank you. Say what? Did you ever feel like you were born in the wrong time? Like, you should have been born earlier. When the music was real. Like the 70s? Earlier. Like the early 70s. Uh-oh. um den spiel authentisches rodeo erlebnis und so weiter oder ich finde es lustig ist wenn es überpippt wird good roadie knows his whole job is to make someone else look good keep someone else safe help someone else do what they were put here to do a good roadie stays out of the spotlight if he's doing his job right you don't even know he's there once in a while he might step on stage just to fix a problem to set something right but then before you even realize he was there or what he did he's gone so so Untertitelung des ZDF, 2020 Brutal Legend enthält blutige und brutale Szenen, darunter auch Verstimmungen und gelegentliche Enthauptungen. Keine Brutalität bitte. Also gut, aber nur wenn es dann wirklich Hammer aussieht. Geheheheh! Geheheheh! Geheheh! Geheheh! Geheheheheh! 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 Geheheheh! Geheheheheheh! 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 Oh, oh, oh. Oh. Huh? The day has finally come for us to serve our master. Uh, hey. Hey, I'm not your master. No, you are not. Oh, uh, but, uh, yeah, I, uh, I totally know the master. We're really good friends. Known each other since kindergarten. And, uh, if anything were to happen to me, he'd be super pissed. Stay the fuck away from me with that thing. Hey. Silence. In fact, he sent me here. Speak not of the emperor. Say that. And yeah, he told me to come out here and tell you guys you're doing a great job and you can totally take the rest of the day off. He's so good. He always speaks without a fool. And that's really good. Uh, A for axe attack. B for 24. Super effective. Hey, get away from that guitar. Just tune that thing. Clementine. Ja, unsere Gitarre. Shocker und halten für roh. Yes, taste that. That's rock. How do you like the flavor? Haha. Yeah. Verteidige dich mit B. Eine Taste, die wir dank Easy Mode nicht so oft benutzen müssen. Erschütterer A und X gleichzeitig. Oh, wir können jetzt hier so lange nicht gehen, wenn wir hier noch haben. Oh, wir können jetzt hier so lange nicht gehen, wenn wir hier noch haben. Oh, wir können jetzt hier so lange nicht runterm. Oh, wir können jetzt hier so lange benötischen. Guns up. Okay, nice try, lady. Or whatever you are. I'm supposed to think you're a nun, but I know you're really some kind of big ugly demon, so let's have it. Aha! I knew it! Big ugly demon. Kinda sexy though, in a weird way. Hm. Damn, you're talking. Oh, he looked like a- What? I gotta say, he was- Flutter face. What? I think I heard once the killing nuns is bad luck. I'd better get out of here still. Get her! Still! Huh? 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 Okay. Alright. Well. Here goes. Um. Oh man. Gotta get this thing moving. Let's see here. Um. Evil. Uh. Oh powerful. Majestic. Slytherin. Uh. Hev- No, not heavenly. Sulfur smelling. Dear. Wait, should I say dear? Oh hellish. Beings of dear evil. Messed up demon powers. Of darkness. Uh. And unimaginable evil. Please transport me off this awesome corpse pile. I am but a visitor in your strange world. Which some would call hellish. But I have to admit, it's kinda badass. Oh lords of gross leather things. And S&M typewear. Demons of the underworld. Demonic authorities? To whom it may- You know you guys really have style. That battle nun? She was hot. Uh. Sorry about killing her. Oh god. I mean. Oh evil god. Man this is tough. I don't want to sell my soul here. Uh. But you're evil though right? So we're cool. I didn't even know I could do that. With an axe. I have no idea why my guitar is setting people on fire and stuff. But maybe. If I could just. Talk to whoever's in charge. Get some answers. He always speaks unfair the longer you need. And. They just have texted that you might come through here, if you can't do too much. But we're pouvoir making the camera okay. Oh oh. Ich habe gesagt, schweig! Schweig, Greyson! Oh, Mann! Don't tell me I've been slaying hot girls this whole time. The axe. So you've come for it as well. No, but these guys jumped me and... Hang on. And it was just sitting there, so... You handle it very naturally. Yeah, that's kind of strange, isn't it? I've never touched an axe before. Who are you? Uh, right shoulder. We've got to get out of here before he arrives. Yeah! Team-Action. Das ist lustig. Nähere dich einem Verbündeten und drücke Y, um meine Team-Aktion durchzuführen. Wait, before who arrives? Emperor Deviculus. Who? Emperor Deviculus, where are you from? It's kind of hard to say. I kind of live on the road. Be assured, you don't want to be here when he arrives. What's the big deal? You're slaughtering his personal guard for one thing. Oh, aha. Come here, lustiges Mädel. Hafe Werf. Okay, I'll get you. Grand Slam. AXA. Es gibt ja noch mehr Combos. AXA. 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 Das war's. Ja, das sind viele Leute. Was ist das Ort? Eine seltene Ranke wächst an sagenumwobenen Orten des Landes. Spiele dieses Solo, um die uralten Bauwerke und Monumente ans Licht zu bringen. RT, um Solo zu wählen. Ja. Was hast du gemacht? Er hat eine Schönheit gemacht. Das ist alles. Das hilft, es hilft, es hilft, es heilt? Ja. Ich glaube, das ist das. Ja, ich glaube. Ja. 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 Das ist ein Schraub? Ich nennen sie den Druid Plow. Ich zeige euch, wie es funktioniert. Was machst du? Du schlamst es in den GOO-HOO-HOO-HELLO? Es sieht aus, dass es schon funktioniert ist. Du hast die Geist selbst erwacht. Ich hoffe es. Voll süß. Ja, der Teufel aka Druidenflug und so weiter. RT Gas geben, LT Bremsen und Rückwärts. Für die Gäste. Was sind die Begr inspane? Er wird durchgült es schnell genug, du verwenden nicht. Um, was ist mit Krezie Laken? Es gingen sichere Regeln. Aber warum ist so ein Kiel? Was? Was? Wir? Wir können das Beteilige! Oder vielleicht Emperor What's-His-Name hat sich was gegen Sie. Okay, ich habe noch nicht erwähnt, aber das ist englisch. Ja, das ist die Zeit für unsere Lande. Aber es gab es einen kleinen Menschen, Wir kämpfen, um die Dinge zu verändern. Ist das warum Sie gekommen sind? Für uns zu kämpfen für die liberation der Humanität? Ich weiß nicht wirklich. Ich habe noch nicht gedacht. Aber so far, das ist die beste Explanation, die ich gehört habe. Das ist ein Problem. 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 Oh, uh, sorry. Waren Sie diese Leute? Nitro! So, drücke die L-Taste, Button, um zusätzliche Nitros freizuschalten. Oh Gott! Uh oh! Holy shit! Oh, here she goes again! Handbremse! U-turns mit B. Ah, not again! Ha ha! I can't believe you fell for that twice! Ha ha ha! What have you been eating? Heads up! I can't believe you fell for that once! Bingo! I mean, jackpot! I have to look for that once. That's right. I can't believe you will, huh? Yeah, I was just going to the French kids. You'll never get to the French kids again! What's French kissing? Uh... It's uh... The um... Gates open. What? Oh! Can you see here? Die Tür. Was ist das? Ich konnte dich nicht hören. Es ist wie ein... ...lisp oder was. Over hier, du fröhlich und roten Worm. Komm und kämp' so, dass ich mich... ...wett meine Blase... ...on deine... ...entrails... Hey, mach das weg! Komm schon, du! Spinn! Decapitation! Da! Es ist tot. Und du... ...ich werde ich dir... 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 ...French-Kissing. Das würde ich jetzt halt hier nur schlechte Läufe schlagen, um nicht unbedingt tot zu sein. Gut, dass wir die nicht groß waren. Der Brich ist wirklich collapsing. Nur ein bisschen Speed Bump. Smooth Sailing von hier an aus. Watch out for that hole in the left. Ich werde nicht in da fahren. Was, ich denke, ich bin dumm? Hahaha, du siehst das? Man, diese Dinge sind dumm. Geh die Seite. Ich hatte das gemacht. So bossy. Ach, das ist doch… Ja, das passiert ja gerade sehr viel auf dem Boden, oder? Jetzt sind sie doch nicht so aufrufen. Geh, 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 geh! Knapp brutal in dieser Lage. Ah, muss sein, muss sein. Ja, aber ich bin nicht so weit weg. Ja, aber ich bin nicht so weit weg. Ah, schau, das Brot ist wirklich so glücklich. Nur ein bisschen Speedbump. Schau, nach dem Halt in der Seite. Ich werde nicht in den Halt in der Seite fahren. Was, ich denke, ich bin dumm? Ha 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 ha, du hast das gesehen? Mann, die Dinge sind dumm. Ja, aber ich bin nicht so weit weg. Oh Wohoo! Wow! Du magst das Auto? Ja! Ich kann es nicht warte, um es zu Lars zu zeigen. Daviculus. Sie sagen, es war der Firebeest Omogodon selbst. Nein. Far, far worse than me. Es war Sikoria. Ich kann sie riechen. Die Saison der Schmerzen ist auf uns. Aber warum hat sie jetzt zurückgebracht? Was sie wollen? War. Endlich. We should keep moving. We will be safe in Bladehenge. Here, take this map. Map. Sehr gut. Ich bin Bladehenge. Bladehenge ist der Zentrum des Bewegungsverwandel. Aha! Der Hauptsache, nicht? Na jetzt, die Armee ist nur Lars, seine Freundin und ich. Was? Komm schon! Lars ist ein großartiger Leiter. Er ist wirklich inspirierend. Aber wir haben einige... ...prächtliche Angelegenheiten. Der Armee braucht Essen, Schilder, Transporte. So viele Details zu machen. Sieht so, was du braucht, ist ein Roadie. Es ist ein Roadie. Äh... Es ist eine lange Geschichte. Wie geht's, wenn wir in die Stadt kommen? Wir haben einen großen Powwow mit deinem Armee. Wir haben ein Campfire, und ich erzähle dir alles, was ich mache, und woher ich komme, über eine große Flagge und eine Meade. Was ist eine Flagge und eine Meade? Es ist ein Drink. Wir sind nicht in medievalen Zeiten? Ich äh... Wir haben nur Bier. Aber du kannst so viele Kegs, wie du willst. Zu Bladehenge! Ganz so viel Bier haben wir jetzt. Na, Bladehenge! Sehr gut. Und mit diesem fast unlösbaren Auftrag... Ab ins Licht. Wir sollen dahin, wo wir leuchtet. Ja, riesige Scheinwerfer leuchten uns den Weg. Aber das machen wir erst in der nächste Folge. Ich würd mal sagen, ich guck mir an, wie die Aufnahme ist. Ich sag soweit, danke fürs Zugehörigen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!